ein reweisches hallo meine freunde und willkommen zurück zu der bücher 2 warum geht die tür nicht auf oh gott nein nicht darunter fallen warum geht die tür nicht auf ich habe ich ja den schlüssel genommen oder alles schlüssel zum ohren ja ok 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 wir kommen nicht durch für was habe ich jetzt den schlüssel wenn wir nicht durchkommen da war doch gerade mensch leute echt ihr nervt zeitweise also nicht ihr sondern die die zwerge ich hatte das schlüssel man auch es ist jetzt verpackt oder oder bin ich einfach blind gewesen und bin an der tür vorbeigelaufen wo wir hätten durchgehen können gehen wir halt da noch mal lang gucken wir noch mal ob man da noch mal was finden vielleicht habe ich auch eine tür übersehen oh gott man nee eigentlich eigentlich nicht so hier ist keine tür mehr wo muss ich denn hin weil da hinten war doch auch kein tür mehr oder nee oh was das ja da hat auch nicht wirklich was dabei gehabt hä ja aber dann muss es die tür sein kann vielleicht muss ich ja mit jemand reden werden während wir an der tür irgendwie wird mir ja auch ein gegner angezeigt obwohl der tod ist ha ha tür geöffnet leute ihr dürft mir gern helfen gell und deshalb erst mal ein bisschen feuer drauf dann stimmt es nicht mehr ganz so heftig und da vorne laufen auch schon wieder welche rum weicht der aus ich glaube es nicht also ich bin mal gespannt ob wir dieses dieses kraut da finden sie sind da hat er jetzt seinem eigenen typen auch noch schaden gemacht das habe ich jetzt das wäre das wäre ultra mies so ein urgarten hier unten schlüssel erforderlich wo ist der nächste hier kommt mit kommt mit wir gehen einfach lass dich wie ich ja da vorne rumstehen ich glaube wir sind richtig es sieht schön aus es sieht gut aus ich habe gerade eben gedacht das wäre einer von den zwergen so jetzt sehen wir ja gleich ob der sein ne der macht glaube ich keinen schaden na komm schon stirb doch einfach was auch immer du bist na komm schon stirb doch einfach was auch immer du bist so jetzt kriegt die türe nicht auf ja nee ich wollte ja auch nicht blauen ich wollte eigentlich nur durch die tür durch aber nicht schlimm vorne war noch was hier ja gut die sachen brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen weil das schwert war ja nicht nicht unbedingt besser oder es war nichts besser als das was moment mal moment mal moment mal das erst können wir mitnehmen vielleicht brauchen wir das fürs schmieden und dann habe ich wenigstens schon mal ein bisschen was dabei wo müssen wir jetzt lang ist auch okay ich wollte gerade eben sagen ist auch krass dass hier unten in der höhle regnet aber ja gut wenn die höhle oben oben offen ist ich bin zu alt für sowas ist das können wir nicht nehmen also das komische rad da das medaillon heißt es jetzt irgendwie ein bossfighter das medaillon das ist ein schnellen weg raus gibt das medaillon heißt es jetzt irgendwie ein bossfighter oder so ich hoffe es nicht es heißt ein bossfight na hallöchen hallo kommt zwergis kämpft gegen ihn einfach drauf ups hat unseren typen hier getroffen oh nein 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 so jetzt bin ich gespannt ob die uns eine große hilfe jetzt gleich sehen mhmhmhmhmhmhmhmt in dem alles wer weiß wofür wir es noch gebrauchen können wie viel kann man davon mitnehmen bitte mensch du haust ja richtig raus können wir jetzt wir können nicht abhauen einfach so das heißt wir müssen jetzt den ganzen weg wieder rückwärts raus wir können es schnell machen super ich glaube wir hätten so weit aufgeräumt danke für deine hilfe sollten nicht der rede wert war doch ein riesen spaß genug geschwafelt zeit für ein schnaps ich werde erstmal gucken ob das futteral noch auf den kleinen wartet übertreibs nicht sonst kriegst du hinterher keinen humpen mit deinen kompanen mehr bestimmt magisches artefakt ach so ich muss mit philippa sprechen ok ich glaube aber immer noch dass philippa irgendwas irgendwie böse ist das ist so ein bisschen komisch was gibt's hexer wer war dieses mädchen send ja eine gehilfin an der leine klingt faszinierend verwendet ihr auch mal körbe mit leine ist die verbindung zwischen einem zauberer und seinem gehilfen gemeint die bezeichnung ist fraglos etwas seltsam aber dennoch treffend sind ja benutzt meine macht meine zaubersprüche sie kanalisiert sie und lernt bei der gelegenheit das ist sehr praktisch und hat nichts abwertendes an sich abgesehen vielleicht von der bezeichnung aber du bist doch sicher nicht gekommen um über sind ja zu reden wir haben ein bisschen bisschen auswahl fangen wir mal mit triss an ich suche triss leto hat sie zum teleport in die gegend von bergen gezwungen leto voll tests mörder vielleicht auch der von dem event hilfst du mir triss zu suchen selbstverständlich zauberinnen müssen zusammenhalten wir haben zu viele feinde in flotsam hat sich triss mit dir über schiele tanker wilds megascope in verbindung gesetzt seitdem hatte ich keinen kontakt mehr mit ihr kannst du sie nicht ausfindig machen das megascope reagiert auf die aura der entsprechenden person wenn ich etwas hätte was triss gehört könnte ich sie lokalisieren du stehst jedoch da vielleicht hast du ja so etwas ich habe nichts dergleichen das ist ein problem warte mal eine der hiesigen schnaps nasen schwafelt doch dauernd von einer rothaarigen frau die vom himmel gefallen ist das könnte eine spur sein säufer erzählen viel einer schwor sein hund schriebe gedichte ja vielleicht ist es nur besoffenes gequatsche vielleicht hat aber auch ein instabiler teleport triss in der nähe der stadt abgeworfen wenn das die einzige spur ist rede ich mit diesem trunken bolt kennst du ihn ich gebe mich selten mit säufern ab du findest ihn sicher in der schenke danke komm wieder wenn du etwas neues erfahren hast ja aber ich habe doch das ding hier willst du über etwas reden ich will dir was geben ich habe die immortelle gefunden wunderbar und das war's wunderbar wir reißen uns den arsch auf gehen da in die höhle rein metzeln die fücher nieder und wir kriegen wunderbar das nee ich glaube ich glaube hier gerade schon wieder falsch oder geht es hier noch mal zu der schenke ja doch jetzt jetzt glaube ich bin ich richtig genau muss hier noch runter mensch das ist aber auch ein irrgarten die stadt hier so aber wie es weitergeht erfahrt ihr erst in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr gerne eine bewertung da lassen gerne auch einen kommentar und dann hoffe ich ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei bis dahin macht's gut